grosse veränderung bedeutet dies grosse veränderungen aber selbstverständlich zum guten oder zum schlechten das wissen nur die ahnen ich bin erfreut so da ist noch ein buch gibt auch schöne erfahrungspunkte also kann man sich schön gönnen wand der erinnerungen lieben eines bewahrers gewissenhaftigkeit silberit die suche nach dem wahren propheten die suche nach dem wahren propheten dieses buch untersucht die frage ob andrasse womöglich nur eine magierin war und nicht die auswählte des erbauers das buch wurde irgendwann einmal vor flammen gerettet katalogisierer das sind nur schreiberlinge aber dann haben wir schon die erste aufgabe hier abgeschlossen aber selbstverständlich ich glaube ja nicht dass wir hier rein können doch können wir vertagt was habt ihr zu sagen willkommen wächter es ist für orsama stets ein segen euren orden zu empfangen ich bin wortec gewornt oberster berater des edlen prinzen belen was bringt ihr für neuigkeiten ich brauche unterstützung gegen eine verderbnis ja der vertrag ich habe ihn in der bibliothek der bewahrer gesehen das problem ist nur dass diese verpflichtung ausschließlich für unseren könig gilt und so etwas haben wir im moment leider nicht kann ich irgendwie behilflich dabei sein mein prinz ist der rechtmäßige könig aber enttäuschend viele lords unterstützen den thronanspruch des emporkömmlings herremont wenn ihr prinz belen unterstützt könnte er euch bei euren wünschen vielleicht behilflich sein was müsste ich dafür tun herremont hat dasselbe stück land zwei verschiedenen dashiers versprochen lady days und lord helmy herremont kann das land nicht beiden geben aber das werden sie erst nach der wahl herausfinden ich habe kopien der schuldscheine die herremont den beiden gegeben hat wenn sie sie gesehen haben überdenken sie vielleicht ihre wahlentscheidung woher habt ihr die schuldscheine das ist unwichtig ihr könnt sagen ihr hättet sie auf der suche nach eurem vertrag in der bibliothek der bewahrer gefunden könntet ihr nicht irgendwo das melden normalerweise beschäftigen sich die bewahrer mit solchen vorwürfen das sind die schularen die unsere gesetze chroniken und stammbäume verwalten sie sind die schlichter aller konflikte in orsama doch der wichtigste von ihnen der bewahrer der erinnerungen hat leider einen großvater der ein fetter ersten grades von lord herremonts tante ist natürlich ist von ihm keine vorurteilsfreie bewertung zu erwarten er würde seine pflicht vernachlässigen wenn er verwandt wäre ich kann von oberflächler nicht erwarten dass sie verstehen wie wichtig die familie in orsama ist der bewahrer ist parteiisch und wenn ihr prinz beelens hilfe wollt müsst ihr zeigen wo eure loyalität liegt werdet ihr es tun ich gehe die days verlässt ihre gemächer nur selten aber lord herr me ist abenteuer lustig und oft in der schenke anzutreffen im stände viertel aber sagt ihnen nicht dass sie die papiere von mir habt ihr habt davon erfahren und eigene rückschlüsse gezogen ok wo geht es hier hin versammlung tag gerade wenn ihr leise seid könnt ihr hinein und zusehen ok speichern euer verstand muss zu staub zerfallen sein wenn ihr glaubt dass wir das zulassen die hälfte der häuser viele ohne den handel mit der oberfläche dem ruin anheim der vorschlag gilt nur so lange bis gewährleistet ist dass die oberflächler uns respektieren damit ihr bequem die ganzen verträge übernehmen könnt er pflanzt sich euren kopf auf eine speerspitze des shears lords und ladies der versammlung ich habe zur vermeidung von gewalt bereits die wachen verdoppelt reicht das immer noch nicht seneschal bandelor wählens anhänger fesseln uns die hände mit banalitäten wir könnten ebenso den stein abtragen und den himmel herein lassen ich schlage vor wir stimmen ab und ich schlage vor dass ihr bekanntschaft macht mit meinem familien streit kolben genug die versammlung vertagt sich bis die mitglieder sich wieder beruhigt haben hitzköpfe einfach nur hitzköpfe so bei allen vom stein verlassenen narren und staubfressern tut mir leid das ist die versammlung der clans nur dashiers und staatsgäste haben zutritt kein thema erkennt ihr einen grauen wächter nicht ich bin gar verzeiht ich bin nur ein beobachter beachtet mich gar nicht beim stein ihr müsst der graue wächter sein ich habe die nachricht der torwache völlig vergessen willkommen in orsama wächter ich hoffe ihr überseht die unruhen hier der verlust unseres königs hat uns schwer getroffen doch trotz allem respekt für eure position wird man euch erst anhören wenn auf dem thron wieder ein könig sitzt ja das habe ich mitgekriegt lässt sich dieser stillstand irgendwie aufheben ich gebe zu wächter da bin ich selbst ratlos es liegt an prinz belen und lord haramond und in diesen unsicheren zeiten sind beide sehr misstrauisch ich wünschte ich hätte mehr für euch tun können ok dann gehen wir mal dulin ich hörte schon dass ein grauer wächter in der stadt ist ich bin julen for ender berater von lord haramond dem von könig endren bestimmten thronfolger es geht das gerücht um dass der oberfläche eine verderbnis droht eine schande dass wir derzeit außerstande sind zu helfen ich habe einen vertrag ähm ne das sind zwei ich habe den thronräuber nichts zu sagen ähm ich möchte mit lord haramond sprechen normalerweise wäre es lord haramond eine ehre euch zu treffen doch leider haben wir schon mehr als einen von belens spionen gefasst als er sich haramond unter dem mantel der freundschaft nähern wollte ich kann deshalb eurem wort nicht einfach vertrauen wenn ihr mit haramond sprechen wollt müsst ihr eure vertrauenswürdigkeit beweisen wie kann ich ihm beweisen dass ich nicht für belen arbeite das ist ein grosszügiges angebot wenn es euch ernst ist solltet ihr heute am tornei teilnehmen die dashiers nehmen es sehr ernst unglücklicherweise konnte belen die besten kämpfer des hauses haramond erpressen oder einschüchtern so dass sie nicht daran teilnehmen ich soll also für haramonds namen am tornei teilnehmen eure loyalität wäre damit jedenfalls eindeutig geklärt belen würde nie mit jemandem arbeiten der ihn derart erniedrigt haramond hätte dann bei einem treffen mit euch nichts mehr zu befürchten ich melde mich beim tornei an und finde heraus warum sich die anderen zurückgezogen haben ausgezeichnet die arena liegt beim ständeviertel sprecht mit dem tornei meister und sagt ihm dass sie für lord haramond antretet die wichtigsten zurückgetretenen kämpfer waren gwidden und basil ihr findet sie in den vorbereitungskammern der kämpfer hinter dem ring ihr müsst das vor den kämpfen erledigen denn mit beginn des torneis wird die teilnehmerliste geschlossen wenn ihr nochmal zu mir wollt ich bin in der schenke beim ständeviertel der beste ort für klatschgeschichten oder auch die meldung von eurem sieg ja ok so 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 königlicher palast und da kann man einfach rein naja Adelige sonst irgendwas hä ok niemand betritt das anwesen des prinzen ohne einladung ok oh so der thron von orsama uuuh uuuh ah das mit ich bin erfreut mit neuster grafik neuster physik hier durchzugehen ah das wäre schon richtig nice da gehts einmal oh oh liebesbrief ja da gehen wir jetzt mal auf gerne also ich weiss ja nicht das sind einfach so die die lagen einfach so rum weiss auch nicht wieso daho stornen dieb ok stimmt k ag So, ich gehe So, ich gehe Ja, das frage ich mich ja auch. Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kam zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Nochmals danke, Wächter. Also da wird sogar... Dieben und sonstige Handlungen können. Hallo? Wieso? Kann ich? Hm. Bitte weg. Und da kommen wir sonst nirgends mehr. Okay. Dann gehen wir da über den Thronsaal. Die Tische sind so niedrig. Das sind ja für uns eigentlich fast schon Stufen. Grüße. Königliche Wache. Grüße. Grüße. Irgendwas macht doch das. Naja. Wie dem auch sein. Also, es wird angegriffen auf den Prinzen. Lord Beelen steht für Veränderung und Verteidigung. Das ist... Das ist... Hab's die Kasse der Zwillinge. Lady Days. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Oh. Ihr seid wohl der graue Wächter, über den alle reden. Gewiss. Ähm... Ja, ich bin Aiden. Faszinierend, dass es an der Oberfläche für die Bekämpfung der dunklen Brut einen eigenen Orden gibt. Hier unten ist das ganz alltäglich. Aber an der Oberfläche ist es bestimmt schwieriger. Dort findet man sie ja kaum. Hm. Seid ihr Lady Days? Ja. Und welche Angelegenheit führt euch zu mir? Ich habe eine Stimme bei der Wahl des nächsten Königs. Schon gut. Ihr solltet euch diese Papiere einmal ansehen. Nun. Ein Oberflächenflugblatt sieht anders aus. Woher habt ihr die? Schon gut. Es stimmt. Sophie steht fest. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Geschäft fand im Namen unseres ganzen Hauses statt. Nur mein Vater kann es auflösen. Wo ist er? Ich zeige ihm die Papiere. Nun werdet ihr es ihm sagen? Er führt gerade eine Expedition in den tiefen Wegen an, um einen alten Teig zu sichern. Er wird vor der Wahl nicht zurück sein. Aber womöglich ist das wichtig genug, um ihn in den Tunneln zu suchen und zu unterrichten. Die Days-Familie stünde tief in eurer Schuld. Ich werde es ihm sagen. Danke. Er hat eine alte Stätte der Eduken durchsucht. Er hat mir diese Karte gegeben, für den Fall, dass seine Expedition nicht zurückkehrt. Ich gebe euch auch einen Passierschein. Normalerweise darf niemand die Frontlinie überschreiten. Viel Glück. Dann ist da schon mal was. Ist das Ende von Ottomar bereits nah? Unterstützt Lord Herremont, damit die Zwergengesellschaften... Genau so wird es geschehen. Schauen wir uns mal bei Lord Herremont. Aber selbst... Mal um. Butler. Wenn ihr Lord Julien Verrender sucht, den findet ihr in der Schenke, bei seinem allabendlichen Tunneln. Also ich muss sagen, nicht schlecht. Seht ihr fast? Ist eigentlich schon ziemlich... In Ordnung. Wie ihr wünscht. Hat denn jemand? Was ist dagegen? Nehme ich an. Schriftrolle. Ein Brief vom König. Mein lieber Lord Herremont. Meine Schuld lastet schwer auf mir und ich weiss jetzt, dass ich ein Narr war. Nur ein Narr würde sich das einzige Herz herausschneiden und es verbrennen. Nur um den Schrein zu wahren. Ich habe der Versammlung gestattet, mein eigenes Kind in die Verbannung und den Tod zu schicken. Nun, nur weil ich fürchte, eine Untersuchung des Mordes an Trien würde den Schatten eines Skandals auf unser Haus werfen. Erwart in dieser langen Monate mein Fels und mein Schild und dafür danke ich euch. Dennoch muss ich euch noch um einiges bitten. Ich muss wissen, ob mein Kind überlebt hat. Selbst der kleinste Hinweis darauf würde mir Frieden schenken. Schickt eure Männer eure Speer aus, jeden der dazu bereit ist. Beelen denkt, ich sei verrückt. Er sagt, wenn irgendjemand von diesem Wunsch erfährt, sei unser Haus nicht mehr zu retten. Er weiss nicht, dass das Haus Eduken bereits verloren ist. Ich habe uns zerstört, als ich das Opfer, was mir am kostbarsten war. Also ich opferte, was mir am kostbarsten war. Bitte, Pyral, helft mir. Ich wende mich an euch nicht als König, sondern als Vater. Ein Brief des verstorbenen Königs. Andrian Eduken Okay. Ah, wegen dem Pausiert. Adeliger, Adeliger. Aber es stört auch niemanden, dass man die Truhen öffnet. Dass man alles mitnimmt. Gut, mir soll es recht sein. Es ist nur mein Gewinn. Wir konnten hinein. Aber... Haben noch nichts gefunden. Vielleicht kommt das ja noch. Gibt es da noch irgendwas? Adeliger, Helmi. Orsamer leidet und braucht einen König. Wie ihr wünscht. Jetzt genau zusammen. Bei den verdammten heiligen Ahnen, wie könnt ihr Kerle das einfach ignorieren? Branka ist nicht allein gegangen, Orkren. Sie hat das ganze Haus mitgenommen. Alle? Außer euch. Also verschwindet einfach in die Schenke und betrinkt euch bis zur Besinnungslosigkeit. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass es immer so endet. Glaubt ihr, ich habe Angst vor irgend so einem Frischling, der gerade erst entwöhnt ist? Ich werde... Wenn ihr eine Waffe zieht oder auch nur einen einzigen Bürger Orsamas angreift, werdet ihr aus eurer Kaste ausgestoßen und verbannt. Das könnt selbst ihr nicht vergessen haben. Verschwindet hier, bevor ich eine Wache rufe. Oh, oh. Ein Trunkenbold. So, jetzt müssen wir in die Traverne. Und dann müssen wir noch... Die Traverne. Ich habe Gerüchte gehört, dass ein bestimmter Weinhändler mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bezahle meine Ausgaben. Was ist mit den Ausgaben, die eure Freundin Javia hat, wenn sie euch beschützt? Es ist nicht leicht, für Ruhe zu sorgen. Wie leicht könnte jemand beschließen, alles in eurem Geschäft in Brand zu stecken? Mein Geschäft? Bitte, ich habe nicht viel. Der Umsatz ist gering. Die Leute haben Angst. Sagt Javia, sie bekommt ihr Geld. Ich... Javia, reichen eure Versprechungen nicht, alter Mann. Lasst uns reingehen und nachsehen, was ihr vor uns verbergt. Ich bin erfreut. Ja, das nimmt mich jetzt mal Wunder. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Ein Freund von euch? Gibt es hier ein Problem, guter Mann? Bedrohen euch diese Männer? Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsama, Fremder. Zum Glück bietet Javia aus Mitleidschutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen könnten. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Sieht mal genau hin. Wollt ihr wirklich Streit? Schon gut, schon gut. Ihr habt gewonnen. Für 10 lausige Sovereigns will ich nicht sterben. Alter, waren die unangenehm. Mögen die Ahnen euch für die Rettung meines armseligen Ladens segnen. Wie kann ich mich dankbar zeigen? Ähm. Ja, wenn ihr mich mal umziehen lasst. Ich gebe euch alles zum geringsten Preis, den ich verantworten kann. Also. Gar nicht. Will ich. So. So. Schau mal das. Äh. Bababam. Das kann mal weg. Das kann mal weg. Die können weg. Weg. Ja, den Kanal gehe ich auch weg. Ähm. Plus 4 Rüstung. Ich lasse den mal kurz noch. So. Haben wir da. Nö. Gut. Mögen die Ahnen euch für die Rettung meines armseligen Ladens segnen. Wie kann ich mich dankbar zeigen? Was wisst ihr über diese Jarvia? Ich habe sie natürlich nie getroffen. Es heißt, sie verlässt die Stadt des Staubs nie. Das ist, äh, der ältere Teil der Stadt, wo die Kastenlosen zusammenkommen. Sie kommandiert diese Verderbtheit. Und seit dem Tod des guten König Endrin werden sie immer kühner. Früher waren sie nur in der Stadt des Staubs ein Problem. Aber jetzt pressen sie ehrbaren Männern im Ständeviertel Geld ab. Okay. Ähm. Was wisst ihr über die Karta? Eine Bande kastenloser Schurken. Sie sind für sämtliche Verbrechen in Orsamer verantwortlich. Sie sind Verbrecher und die Kinder von Verbrechern. Die Ahnen selbst haben sie für unrettbar erklärt. Ähm. Die Kluft zwischen den Kassen ist wirklich tief, nicht wahr? Diese Kastenlosen sind alle gleich. Bettler, Gauner und Mörder, jeder Einzelne. Jetzt entschuldigt mich. Danke für eure Hilfe, aber es gibt wohl nichts mehr zu besprechen. Okay. Das ist ja mal interessant. In Ordnung. Aber wir haben wieder einen Kampf ohne Kampf gemacht. Einen Nack haben wir. So. Dann. War die Traverne auf der anderen Seite. Ja. Hm. Rüstenschmie. Jenna. Atvastvala, seid ihr wegen einer Rüstung oder zum Gespräch hier? Ähm. Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Und viel Geld braucht ihr ebenfalls nicht. Wir tauschen nämlich auch. Ah, das war mit dir. Aber selbstverständlich. Ich möchte zuerst mal Dings fertig machen. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Zirkel. Ich sehe einen Nack. Also. Dann geh jetzt mal hier hinein. Äh. Tell me. Ich hatte euch nicht zurückerwartet. Ihr habt wohl erkannt, dass man in Orsama nur hier etwas Spaß haben kann. Hm. Ähm. Ich habe Neuigkeiten. Hermann treibt ein falsches Spiel mit euch und Lady Dines. Ach, ich sollte wohl Beweise fordern oder fragen, was euch das angeht, aber ich habe es so satt. Und überrascht bin ich auch nicht. Ich will das Land gar nicht, aber mein Haus würde mich hinrichten, wenn ich es ablehnen würde. Verantwortung, wisst ihr? Jetzt muss ich die Abmachung zurückweisen und dann handeln beide Parteien etwas Neues aus. Und ich hatte gehofft, es würde ein schöner Tag. Dann wählt ihr aber so jetzt Beel, richtig. Tut mir leid, dass ich die schlechte Nachricht überbringe. Ihr tut nur, was ihr für richtig haltet. Ich muss Mutter sagen, dass Lord Harrimond unsere Stimme nun doch nicht gekauft hat. So. Dann müssen wir jetzt kurz zum Zirkel, wegen der Tochter. Genau so. Außer wir finden noch kurz, ähm, den Bruder. Genau. Andraste lehrt, dass Geduld ein Kind der Weisheit ist. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr den Bewahrer gesprochen habt. Er hat zugestimmt, dass ihr Gebetstreffen abhalten dürft. Oh, der Erbauer sei gepriesen. Ihr schreitet wahrhaftig im Licht. Ich habe schon einen Bekehrten unter den Händlern gefunden, der sein Geschäft als provisorische Kirche angeboten hat. Direkt bei der Schenke. Bitte, kommt zu unserer ersten Messe. Und nochmal seinen Nacken. Die Nacken, die kommen mit. Bei der Schenke. Ähm, bevor ich das mache, gibt's jetzt... Ähm... Oh, tiefe Wege. Ja, das sind einige. Aber ich muss mal kurz raus. Weil ich muss zum Magier-Zirkel. Wie ihr wünscht. Zirkel der Magie, besser gesagt. Dumm, damm, 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 damm... Dükü, 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 dükü... Mauer gespeichert Mir wurde gesagt, es hat zahlreiche Kameraden den Kampf gegen die dunkle Hut verloren Ich? Ja, das stimmt Also, raus Und ich dachte schon, irgendeine Sequenz oder so So, dann geht's jetzt Raus und Richtung Magier-Zirkel So